Das ist meine erste Tour, heute ist Heimspiel, wir haben lange auf dem Suf gearbeitet und der Tag erklärt mir das ganz kurz. Wir sind hier, bei 1-1-0. Wir drehen für die Tour. Das ist nicht fertig! Du schrägst jedes Mal! Ich habe mich nicht geredet! Ich bin der Boyd, live in! Hey, hallo! Ich bin der Boyd, live in! Und am 30.03. sind wir im Exil. Ich habe zu viel Final gesagt. Du hast nur für Tour gesagt, Bro. Tour, Bro, auch! Du hast 4-5-5-4 gesagt. Checks, du hast gar nichts gesagt, Bro. Wir bringen mir gerade zu. Wir sind hier, Tanzwerk 101. Probe für Exil. Finalshow. Du weißt, was läuft. Es wird verrückt. Let's go! Oh, der will ich nicht! 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 Shit! Shit. You don't put up a fight. Get it heavy, yo. You are new. I'm gonna go. Ain't no stopping no more. Get up. I'm gonna go. Pull it up from the side. Check heavy, yo. You're hard for me. You're gonna pretend that I'm all you. I ain't know all about you. I'm going to go. I'm gonna go. You did it. Go, go. You're on my seat. You're on my seat. You're on your seat. You're so calm in the cam. Go, go. Top boy. It's all. Ice. I know. Nice. Top boy, top boy. We're going to play next. All we're getting tags. Top boy, top boy. Top boy, top boy. Es ist alles Ziel für mich! Merci vielmals, danke für die Liebe! Ich bin so schnell für euch! Danke! Wie es weitergeht? Im Sommer gehen wir nochmal auf ein paar Stationen performen. Open-Air-Vibes, neue Single kommt. Es geht nie, es ist nie vorbei. Wir haben eine Mission und wir sind noch nicht am Ziel.